moin moin ihr schnittchen und herzlich willkommen zu diesem kurzen hinweis video es gibt ab sofort eine coaster toaster map das heißt eine eigens von mir erstellte karte bei google maps mit allen zielen die ich schon mal besucht habe beziehungsweise wo ich videos zu gemacht habe die sind alle da eingetragen können angeklickt werden und dann sind da alle videos aus diesem entsprechenden ziel entsprechenden park drin und ja ich bin eh fan von unnötigen spielereien und krimskram deswegen habe ich mir gedacht auch wenn es zehn jahre zu spät ist und alle das irgendwie schon mal gemacht haben ich lege da jetzt auch mal eine an einfach der übersicht halber und ja zeigt euch einfach mal ganz kurz wie das ganze funktioniert so damit ihr auf die karte kommt könnt ihr nämlich einfach euren browser öffnen ich bin jetzt hier einfach schon mal auf meiner kanal info seite da habt ihr einmal die möglichkeit hier diesen link zu kopieren oder aber ihr klickt hier oben auf das google maps symbol und dann kommt ihr zu coaster toaster maps hier findet ihr quasi alle ziele wo es videos gibt wo ich schon mal war ich habe es ein bisschen aufgeteilt in deutschland österreich schweiz niederlande belgien frankreich in polen skandinavien die emirate usa und kanada da könnt ihr dann entweder hier auf der karte zum beispiel einfach draufklicken hier sieht man das ist adventure land wenn ihr die videos gucken möchtet könnt klickt ihr einfach drauf dann werden die euch so vorgeschlagen da könnt ihr euch durchklicken und dann kommen natürlich noch so ein paar bilder von google maps die die selber dazu setzen oder aber ihr klickt auf diese liste und dann könnt ihr euch die ziele die sind nach dem alphabet geordnet und dann könnt ihr einfach zum beispiel auf free per tree city klicken dann geht ihr auch auf der karte dahin und dann könnt ihr wieder hier oben hin klicken und dann zeigt er euch wie gesagt alle videos die ich da rein gesetzt habe an in der liste und füllt den rest irgendwie noch auf mit bildern die bei google maps zeit eingesendet wurden und ja das ist es quasi auch schon ihr könnt euch die sachen ausblenden wenn ihr nur ein bestimmtes land irgendwie haben wollte die usa dann können wie gesagt hier in der liste klicken oder einfach auf der karte klicken der zeigt euch genau an was es ist ja das war es dann quasi auch schon ja was haltet ihr von der idee so eine eigene karte zu machen nutzt ihr so was guckt ihr euch so was gerne an ist es für euch einfach nur unnötige spielerei schreibt einfach mal in die kommentare und ansonsten viel spaß in den freizeitparks dieser welt die saison geht ja bald los und klickt mal ein paar andere videos noch an so das achterbahn lexikon zum beispiel ein paar rankings die ich gemacht habe oder die film empfehlung zum film achterbahn von 1977 richtig richtig cooler klassiker oder auch die parkvorstellung vom disneyland paris oder sonstiges und damit sage ich tschüss